Krefeld-Ingwine gegen den ERC Red Bull München. Endstand 2 zu 3 am Ende. 3.369 Zuschauer im Königtalers. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer des ERC Red Bull München, Don Jackson, und natürlich auch unseren Trainer Rick Alono. Und wie immer gehört unser Statement zuerst dem Gast, Don Jackson, das Red Bulls. Wir haben einen guten Namen zusammen. Er hat sehr hart und gut gespielt. Und von beiden Mannschaften. Ich glaube, Krefeld hat auch sehr stark gespielt. Und, you know, keine Punkte, aber, you know, ein guter Wochenende verlust. Und, you know, ich glaube, Krefeld-Ingwine gegen den Sinn, wie sie heute gespielt haben, ist eine gute Weg. Und so Glück vom Glück, viel wird das nächste Spiel. Dankeschön, Don Jackson. Rick Alono, ist dein Statement zu geschrieben? Ja, guten Abend zusammen. Ja, congratulations, Don und unsere Mannschaft, unsere Mannschaft. Wir müssen eine sehr gute Mannschaft mit Disziplin passen. Tschüss. Und heute unsere Mannschaft fährt gut mit Untersaal, starker Torchänzen. Aber wenn wir eine Torchänzen haben, müssen wir ein Tor machen. Und wir machen drei Fähren heute und drei Tore gegen. Wir haben 44 Schüsse für unsere Mannschaft und ich 20 gegen. Das ist gut für das Gewinnen. Und systematisch, Einsatz, alles klar. Sehr gut heute. Gut Defensivspiel. Taktisch, sehr gut. Aber wichtig ist, machen Übersalte. Und so, right now we're frustrated, but we're keeping the players upbeat. They're working hard. Sure, it's frustrating for the fans. I mean, we're young into the season and you need to win at home. Everybody knows that. So, I mean, we kind of put our backs against the wall here a little bit early. But, put it this way, with a little bit of luck for the way we've played, we probably have seven more points right now and not everybody would be saying we're a miracle team right now. So, I mean, that's the way it's gone. It hasn't gone our way. And we did nothing wrong in Schoenigen. There was just a little bit of luck against us. We knew exactly what we needed to do and they scored some timely goals. So, we had two bad minutes of a hockey game there. So, it's all about sometimes more experience, a little bit of inexperience. and that's affecting what's going on right now. So, we just continue to get better as we go. And we've been in these situations before. So, hopefully, we can come out of it. Anyway, again, good luck to Don. And hopefully, our fans stay 100% behind us because as they always have, it's proven in the past that we do come out of these things and we've become a good team and we desperately need their help now. And they were very good today. So, thank you, Shin. Thank you, Ricard Ohno. Ich fasse mich noch mal ganz kurz zusammen. Der Ricard hat gerade angesprochen, dass er die Situation kennt. Der hat ja schon mal hier in Krefeld auch mitgemacht. Trotz alledem glaubt er an die Mannschaft und man muss versuchen, durch Erfahrungen, die man sich erarbeitet hat, auch wieder zurückzufinden in die Spur. Ja, aber zum Beispiel heute, das hat er so gesehen, dass 44 Schüsse für uns vorhanden waren und nur 20 Schüsse für den Gast. Das sind kleine Situationen, die so ein Spiel entschalten und das macht ihn mir ärgerlich und deswegen eben auch die Erfahrung, die da vielleicht noch erarbeitet werden muss. Gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann bleiben wir nur zu den Stunden, kommen Sie gut nach Hause. Wir sehen uns wieder hier kommenden Sonntag um 16.30 Uhr gegen die Adler Mannheim. Für die Bingebühne geht's dann auswärts am Freitag um 19.30 Uhr für den Kölner Haien zusammen. Dankeschön. Tschüss.